Musik Tolles Wetter für einen tollen Tag der offenen Tür beim BTCC Grün-Weiß. Zusammen sportlich erfolgreich, so das Motto des Tennis- und Tischtennisvereins in Lichterfelde, welcher am vergangenen Samstag alle Leute, ob Mitglied oder nicht, einbieten. Es ist hier eine schöne Veranstaltung, man hat hier viel Spaß, sammelt auch sehr positive Eindrücke. Dass man hier viele Sachen ausprobieren kann, man kann ja nicht nur hier Tennis spielen, sondern auch Tischtennis, alle möglichen Sachen. In einem tollen Ambiente durften sich die Kids, Eltern und die Trainer auf die neue Saison freuen. Das Angebot des BTTC Grün-Weiß war riesig. Großen und Kleinen konnten beim Tischtennis und Tennis ihr Können unter Beweis stellen, auch Kickern stand auf dem Programm. Für die ganz Kleinen stand eine Hüpfburg bereit, man konnte sich schminken lassen und Ballon-Tiere wurden auch gemacht. Für die Stärkung wurde natürlich auch mit Grill, Kuchen und einem Waffelstand gesorgt. Also der BTTC finde ich eben auch sehr gut, weil hier alle total nett zueinander sind und es ist für jeden eben etwas dabei. Unter anderem konnte man ein Schnuppertraining machen und sich am Infostand über den BTTC Grün-Weiß informieren lassen. Die Damen und Herren des Vereins zeigten auf dem Tennis-Feld, was man alles erlernen kann, wenn man den Mitglied ist. Das Besondere an der Veranstaltung ist für mich, dass wir gemeinsam Mitglieder und Gäste den Tag der Saisoneröffnung feiern können. Wir nutzen das Angebot, die Türen des Clubs zu öffnen, um neue Mitglieder zu werben, einzuladen, dass diejenigen, die Interesse am Tennis haben, einmal diesen Club kennenlernen, die Leistungen kennenlernen, die wir anbieten. So haben wir die Möglichkeit, uns bekannt zu machen, über den Kreis hinaus neue Mitglieder zu werben und vielleicht auch für die Mitglieder das Ambiente schaffen, sich in unserem Club wohlzufühlen. Zum Ende des Tages ließen die Kinder ihre letzte Kraft auf dem Spielplatz des Vereins raus und die Erwachsenen, die konnten am Bier- und Sektstand den Tag ausklingen lassen. Wir und ich denke auch alle, die dabei waren, freuen uns schon auf das nächste Mal beim BTTC Grün-Weiß. Ein Sport für jede Altersklasse, für jede Spielklasse, für jung und alt, bei frischer Luft, idealer geht es nicht.